You turn me on and on, you turn me on and on, you turn me on and on, hi diho, hallo und herzlich willkommen zu 2 for Fashion TV. Mein Name ist Palina Roszynski und ich präsentiere ab heute alle zwei Wochen die Mode- und Lifestyle-Trends. Aber ich nehme das natürlich nicht alles alleine auf meine Modekappe, sondern kriege Unterstützung von den zwei Modebloggerinnen Katrin und Thuy, die ihr sicherlich vom Otto 2 for Fashion Blog kennt. Und wer wir genau sind und was wir alles so machen, das erfahrt ihr jetzt hier. In Palina Roszynskis Körper schlagen zwei Herzen. Eins für Mode und das andere für Musik. Beiden Leidenschaften geht die stylische Moderatorin aktiv nach und so kommt es, dass Palina gern gesehener Gast bei allen angesagten Fashion Shows ist. Zusätzlich ist sie auf vielen Szene-Partys als DJ dabei. Bekannt wurde sie als Moderatorin bei Viva und durch MTV Home. Mittlerweile ist die Berlinerin eine echte Stilikone und Trendsetterin. Und genau deshalb ist sie unsere neue 2 for Fashion TV Moderatorin. Die 20-jährige Thuy hat schon während der Schulzeit Internet-Tagebuch geführt. Heute arbeitet sie als Moderedakteurin für Otto. Katrin lebt in der Fashion-Metropole New York. Von ihr bekommen wir regelmäßig die allerneuesten New York City Trends und Streetlooks. In jeder Folge 2 for Fashion TV gibt es einen Trend-Tipp der beiden Otto-Bloggerinnen. Und jetzt geht's los mit deinem Fashion- und Lifestyle-Format mit 2 for Fashion TV. Ja genau Leute, jetzt geht's los. Wir beschäftigen uns heute mit Sommer, Sonne, Spaß, Bikinis, Bademoden, Tücher, Accessoires und sonst noch was das Herz begehrt. Nachdem Pietrus im Jahre 2011 wohl eher schlecht gelaunt war und der Sommer quasi ins Wasser gefallen ist, hoffen wir dieses Jahr auf mehr Sonnenstunden. Hier sieht's schon mal nicht schlecht aus und passend dazu beschäftigen wir uns komplett mit den Bademodentrends 2012. Ich habe mir dafür Thuja eingeladen, die Bloggerin von unserem 2 for Fashion Blog und sie hat tolle Outfit-Ideen mitgebracht. Aber bevor es richtig losgeht, seht ihr hier, was uns erwartet. Denim und Hippie, Mustermix, Streifen und Punkte, Blütenzauber, Glam und Glitzer. Das sind die Farben und Muster für Bademode im Sommer 2012. Doch wie sind die guten Stücke geschnitten und was für Muster gibt es überhaupt? Ganz vorne mit dabei seid ihr dieses Jahr auf jeden Fall mit einem Tankini oder auch Monokini genannt. Den trägt man mit Cutouts oder asymmetrischen Schnitten. Wem das zu modern ist, der kann mit Klassikern auf sich aufmerksam machen. Der 60er Jahre Look ist zurück. Labels wie Sea Folly oder Lena Hoschek feiern Bella Italia mit Vichy Karos und Boulons auf taillenhohen Bikini-Höschen. Nebenbei übernehmen Zebra, Leo und Co. erneut die Show und feiern ein spektakuläres Comeback. Grrrr, eins steht fest, ein neuer Bikini muss her. Thuja, vielen Dank, dass du vorbeischaust. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Wir haben ja heute nicht das leichteste Thema. Ich meine Bademoden. Naja, ich fühle mich jetzt nicht gerade pudelwohl am Strand die ersten zwei Tage. Da zeigt man ja schon besonders viel Haut. Wie ist es bei dir? Was trägst du am liebsten im Schwimmbad oder am Strand? Ich trage alles einfach gerne. Bei mir gibt es einfach keine Regeln und ich trage alles wild durcheinander. Das ist auch der Trend im Sommer 2012. Wenn du sagst, der Trend ist alles auf einmal. Das heißt, wir könnten jetzt hier so ein Pünchenoberteil nehmen und dazu blumen. Genau, man kann einfach alles gut mischen. Das heißt, am besten zwei, drei Bikinis kaufen und die schön oben herum variieren und unten herum variieren. Das heißt, Freiheit und Bademoden für jedermann und jede Frau, denn es gibt sie wirklich. Die Bikinis und Badeanzüge, die Problemzonen kaschieren. Wow, habe ich auch nicht gedacht. Aber hier bitte für euch das Beweismaterial. Unser Bikini-Sommer-Special. Natürlich möchte jede Frau im Bikini eine super Figur machen, auch wenn man keine Modelmaße hat. Welches Bikinimodell ist aber das richtige für welche Figur? Um ein paar Problemzonen zu kaschieren, muss der passende Bikini her. Bei einem kleinen Bauch lenken ein Tankini oder geschickte Raffungen und Muster ab. Bei breiten Hüften welgt man Oberteile mit auffälligen Mustern, um von den Hüften abzulenken. Zusätzlich kaschieren Pareros und Wickeltücher und sind somit perfekte Strandbegleiter. Frauen mit kleinen Busen kommen mit Push-up und Bandeau-Bikinis groß heraus. Bei großen Busen sollte man auf Oberteile mit verstärkten Cups und Formbügeln achten, die ein wunderschönes Dekolleté zaubern. Empfehlenswert sind auch breite Träger für einen maximalen Tragekomfort. Wunderbar, der richtige Bikini ist gefunden, aber was muss man eigentlich diesen Sommer dazu tragen? Ich persönlich mag jetzt Schmuck am Strand nicht so gerne, der wird nur heiß. Wie ist es bei dir, Tui? Was braucht man zum Strandtuch? Am allerliebsten trage ich ein Tuch mit mir, wenn ich zum Strand gehe. So ein Tuch ist einfach perfekt, weil man es sich umwickeln kann. Oder wenn man seine Decke vergessen hat, kann man es einfach im Sand legen. Also so ein Strandtuch ist eigentlich perfekt. Oder man kann sich auch da reinhüllen, wenn man zum Essen geht und jetzt auch nicht will, dass jeder einen anguckt. Aber was ganz wichtiges haben wir vergessen gerade und zwar Sonnenbrillen. Und welche neuen Modelle es so gibt und Farben, seht ihr hier. Wer im Sommer 2012 mit seiner Sonnenbrille voll im Trend liegen will, der kann kaum was falsch machen. Denn bei einem sind sich alle Designer sicher. Es gibt keine Regeln. Rote, blaue oder grüne Gläser wie bei LSD war, runde Fassungen wie bei The Row oder Retro-Klassiker wie bei Monkey. Mit jedem dieser Stücke liegt ihr genau richtig. Ein absoluter Hingucker sind aber auf jeden Fall die Cat-Eye Shades. So extravagant wie selten zuvor. Je spitzer der Rahmen noch oben zu läuft, umso besser. Und auch hier dürfen die Mutigen unter euch zu den farbigen Gläsern greifen. Prost! Gerade noch im Bericht gesehen die Cat-Eye Sonnenbrille und die runde Sonnenbrille und schon auf unseren Nasen. Es gibt ja auch Strandpartys, also da muss man ja auch ein bisschen dicker auftragen, finde ich. Da würde ich wiederum Accessoires tragen. Also immer ein paar Accessoires in der Tasche haben, wie goldene Armbänder. Ist halt ein Highlight zum Badeoutfit. Und ich muss auch sagen, dass Accessoires auf gebräunter Haut natürlich besonders gut aussehen. Und dem ganzen Aussehen nochmal so einen richtigen Blink verleihen. Und was es sonst noch so Fantasievolles gibt, das seht ihr jetzt hier im Too4Fashion Trend-Tipp. Hallo, Too4Fashion-TV-Zuschauer. Ich sage nur Bikini. Ich habe mich inspirieren lassen von den vielen Damen, die sich im Center of Huck Sonnen und die ich für euch besucht habe und mit ihnen über Bademode gequatscht haben. Ich denke, in den letzten zwei oder drei Jahren sind Bando-Bathing-Suits so common geworden. Ich fühle mich, dass die Leute auf diesen Trend aufgenommen haben, weil es dir weniger als Tan-Line gibt. Ich fühle mich, dass ein neuer Trend ist, dass Mädchen die Bando-Bathing-Suit-Tops nicht mit ihren Bottomen sind. Es ist mix-and-matchable und verschiedene Bottoms mit verschiedenen Tops. Ich habe es einfach zusammengefasst. Ich liebe es, wie separate, mix-and-match-suits, mit colors und patterns und so. Ja, ich liebe Kinnis. Es gibt mir eine bessere Tan-Line, in dem ich mit vollen Kleinen kleines 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 kleines. Mein Lieblings-Tipps ist definitiv die Lease. Die nächste Kleinen-Tipps-Tipps-Tipps-Tipps-Tipps-Tipps-Tipps. Grandios. Sag mal Tui, wo sammelt ihr eigentlich eure ganzen Ideen, Inspirationen, wo nehmt ihr das her? Katrin und ich gehen oft auf Fashion Weeks, auf Mondschauen und schauen uns an, was in der nächsten Saison Trend ist. Und natürlich informieren wir uns viel über das Internet, über andere Webseiten und auch natürlich über andere Blogs. Ihr selektiert praktisch aus der ganzen Blogosphäre die Perlen und liefert sie auf dem Too for Fashion Blog. Also das sind ja die Themen, die wir mögen und ich glaube, man muss sich das einfach anschauen. Vielen Dank, Tui. Und ich mag es sehr gerne, dass ihr zugeschaut habt und freue mich ganz besonders, euch wiederzusehen in zwei Wochen mit dem Trendthema Pastell. Da besprechen wir nämlich, welche Hautfarbe am besten zu welchem Pastellton passt und wie man überhaupt die Sachen kombiniert. Also, ich sage Ciao, Tschüss, Ahoi und auf Wiedersehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.